Hallo, mein Name ist Tom und herzlich willkommen zu Let's Game Dev! Das war irgendwie albern. Dabei geht es heute um so ein wichtiges Thema. Also es ist wichtig, wenn du in deinem Spiel nicht immer wieder von vorne anfangen willst. Safe Games. Spielstände oder Speicherstände oder wie auch immer du das nennen möchtest. Die Sache mit den Safe Games habe ich früher einfach nicht verstehen wollen, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie Computerprogramme aufgebaut sind und funktionieren. Ein Spiel besteht im Grunde aus Grafik, Sound und Logik. Die Grafik wird von einem Menschen gemacht, der sehr toll zeichnen und designen kann. Der Sound wird von einem anderen Menschen gemacht, der schon mit vier total gut Blockflöte spielen konnte. Und die Logik wird von Leuten wie mir programmiert. Am Ende hast du einen Ordner voller Grafiken, einen Ordner voller Sounds und so eine kleine Datei, auf der du Doppelklick machst und dann startet das Spiel. Und als ich angefangen habe, programmieren zu lernen, dachte ich immer, in dieser Doppelklick-Datei wäre auch der Spielstand drin. Warum auch nicht? Ist ja auch irgendwie logisch. Zumindest war das das für mich früher. Jetzt ist es nicht mehr ganz so logisch. Manchmal aber schon noch. Ist aber einfach nicht so. So eine ausführbare Datei oder auch eine Excel, ist die bekannteste der ausführbaren Dateien, ist eine unveränderliche Datei. So wie die Grafiken und der Sound im Grunde ja auch unveränderlich sein sollen. Wobei es da sicherlich in Skriptsprachen Ausnahmen gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Datei sich selbst umschreiben kann. Das ist dann irgendwie, als ob man sich selbst ein Bein amputiert und es funktionieren würde. Was ich dann herausgefunden habe, ist, dass ein Spielstand eine kleine Extra-Datei ist. Das fand ich damals ziemlich deprimierend, weil es irgendwie so unschön war. Ich habe es einfach immer am liebsten, wenn alles zusammen einfach in einer einzigen Doppelklick-Datei liegen würde. Mit dem Sound und den Grafiken funktioniert das sogar, aber eben nicht mit dem Spielstand. Und damit müssen wir jetzt halt leider leben. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Denn ich kann ja meinen Spielstand, der ja ziemlich klein ist im Vergleich zum Spiel, einfach wegspeichern, wenn ich das Spiel deinstalliere, ohne ihn verlieren zu müssen. Also ist es eigentlich nur gut, dass es eine Extra-Datei ist. Dateien existieren im Grunde in zwei verschiedenen Formaten. Einmal als Text-Datei und einmal als Binär-Datei. Wobei eine Text-Datei natürlich streng genommen auch eine Binär-Datei ist. Aber halt ein ganz spezieller Fall. Und ein Save-Game als Text-Datei könnte zum Beispiel so aussehen. Das ist ziemlich einfach und gut lesbar. Und gut manipulierbar. Denn du kannst einfach hingehen und sagen, hey, ich bin ins Level 84, ich habe 12 Millionen in den Herzen. Und ich bin 8 Milliarden stark. Das kann man machen, aber damit verdirbt man sich ja selbst den Spielspaß. Und wenn Leute das machen, sind sie eben selbst schuld. In einer Binär-Datei sieht das Ganze ungefähr so aus. Hier haben wir das Level und dort haben wir, sagen wir mal noch, die Rest-Energie. Wenn man das wirklich drauf anlegt, kann man das natürlich auch manipulieren. Es ist nur eben sehr viel schwerer, weil man dafür viel mehr Expertise und Fachwissen benötigt. Oder coole Tutorials im Internet. Du kannst auf beide Dateitypen jetzt auch noch eine dicke Verschlüsselung anwenden und eine Text-Datei nehmen, die verschlüsseln, denn als Binär-Datei speichern und nochmal verschlüsseln. Aber da ist die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wie viel Aufwand ist überhaupt nötig? Man muss nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was du nun in deine Speicherdatei reinschreibst, ist komplett dir überlassen. Je mehr du hineindrückst, desto genauer kannst du das Spiel von dort aus weiterspielen, wo du es beendet hast. Dafür ist es auch viel, viel aufwendiger, alles rauszuschreiben, alles reinzulesen. Da muss man halt wieder kicken, was sinnvoller ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß und bis zum nächsten Mal.